Es steht für Style. Um diesen Erfolg in Resident Evil 4 zu bekommen, musst du alle Kostüme im Spiel freischalten. Um das zu schaffen, musst du das Spiel zweimal durchspielen. Außerdem musst du das extra, separate Ways durchspielen. Das ist der letzte Erfolg. Herzlichen Glückwunsch du hast alle Ehrungenschaften freigeschaltet. Vielen Dank.